hallo und willkommen bei meyers tv 84 und let's show bikebau heute geht es darum das ist ein a head stoßdämpfer der hier dran ist mal kurz runter drehen hier erkennt man an denen an der vorrichtung hier wo man einfach oben lösen kann und dann ja heute geht es darum den zu lösen und damit er ab ist da ist wie gesagt einige jetzt auch um besser zu beachten der rahmen schrott der ist leicht gebrochen deswegen die ich da weg wichtig ist erstmal beim entlösen das nicht mehr dran ist keine bremsen nicht mehr das alles gelöst ist am besten noch an dem mantel also die felge mit wandel noch dran gelassen damit man von oben den druck hat und damit er nicht runter kippt sonst kann hier und kann sich das gewinde verdrehen also erstmal soweit lösen dann hole ich mir mal habe doch irgendwo die becher gehabt oder auch nicht mehr was nämlich als behältnis nämlich kommt die bremsen schon mal rein hier weil aus den teilen wird ein anderes fahrrad eingebaut also einfach lösen alle schick schrauben schon lang das sind die a head schrauben für oben zum verkehren dann kann man einfach von der seite lösen das müsste auch im fünfer sein genau allerdings ziemlich hartnäckig sehr hartnäckig so das war wirklich fest hier brauchen wir nicht ganz lösen eigentlich nur lockern also hier drin und dann wird erstmal der vorbau mit lenker abgemacht wird aber zweite gang stört nicht fertig wichtig ist jetzt dass ich das schon bewegt daher habe ich auch den mantel mit der felge dran gelassen und so weiter alles lösen hier das sind die adapter für steuersatz ganz wichtig aufpassen damit er nicht verloren geht am besten gleich wird so zusammenfügen wie sich das gehört und raus damit und dann am besten wieder alles so weit ein bisschen reinstecken so man geht auch nicht verloren und auch den deckel wieder drauf so dann ist das schon mal weg hier das ist ein A-Head Stoßdämpfer A-Head weil es wie gesagt eine durchgehende Stange ist ohne Schraubgewinde und dann gucke ich mal nach der nächsten Sache hier ich brauche eine Kiste so genau so ist perfekt und dann kann man eben auch den Mist eigentlich jetzt relativ ich hoffe es gut geht den Steuersatz eben raushauen hier der ist innen leicht verkantet das heißt von innen kann man eigentlich leicht raushauen schon mal eigentlich ein Steuersatz schon mal eigentlich ein Steuersatz so und nächste Sache hier das gleiche Spiel muss man gut festhalten spinnt ein bisschen so ist aber ganz normal wird auch rausgehauen immer aufpassen dass es mich nicht beschädigt immer aufpassen dass es mich nicht beschädigt und noch ein bisschen so fixieren und Steuersatz ist draußen alle check das ging gut vom Hocker so Steuersatz sage ich gleich noch was dazu jetzt nachdem das hier so erledigt ist dann löse ich doch mal hier damit ich da auch mal da zeigen kann und schreibt mir nämlich ständig die Felge weg hier so bin gleich wieder da hier so bin gleich wieder da hier so jetzt leide gepackt so 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 die Steuersatz immer am besten kann ich hier zusammenfügen und das wird dann im Endeffekt so gemacht dass wir gleich so ein Teil hier nehmen kann auch hier nicht schief gehen genau das eine Teil hier mit der Kante wird reingeschlagen deswegen immer so kann ich zeigen damit sich das hier auch schön dreht hier das gleiche Spiel das wird ja normalerweise zusammengefügt und dann dreht sich das auch hier wieder so genau und das wird dann einfach wieder ja so wieder gemacht und dann richtig dann dann geht es noch nicht verloren so das ist der Steuersatz der wird eingesetzt und dann hat sich das die Adapter kann man für jeden A-Head benutzen zumindest 1,8er 1,8er Zoll und dann ist alles schick oh das war jetzt mal eine ganz schnelle Sache hier von ähm na komm hoch hier das war jetzt mal eine ganz schnelle Sache von Stoßdämpfer entfernen der wird wieder in einen anderen Rahmen ran gemacht und ist alles super jo da ist aber schon ein Steuersatz dran das wird einmal nur drauf gesetzt und dann geht das auch jetzt guck ich mal gerade hab ich hier noch irgendwie die Dinger da hinten am besten auch die hier zusammen machen damit die nicht verloren gehen so schick schick wo ist die Kiste rein damit das war es erstmal davon bis zur nächsten Folge wünsche ich noch viel Erfolg und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020